Ja, bitte. Wollen wir da echt geradeaus? Ja, wir gehen da jetzt rein. Oh. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber... Wir können uns auf jeden Fall auch verstecken. Und jetzt auf uns zu. Jetzt geht er weg, oder? Und jetzt kommt. Hunt the streamer. Eigentlich wäre das schon eine lustige Idee, ne? Oh, das soll bloß wegbleiben. Oh Gott, ich dachte gerade schon, das macht jetzt die Tür auf. Oh Gott. Mal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Okay, gut, das passt schon einigermaßen. Hier, schätze ich, geht's dann lang. Wo gucke ich denn gerade hin? Genau, da ist die Tür. Genau, wenn wir hier und dann jetzt nach links gehen, dann müssten wir eigentlich in die nächsten... in die nächsten Räume kommen. Mal kurz hier drauf gucken. Hör nichts, sehe nichts. Oh, fuck. Okay. Selina hat bestimmt schon Hunger. Ja, bestimmt. Und was hast du heute so gemacht? Ja, ich habe einer zugeguckt, wie sie sich in Schränken versteckt hat. Ja, kann man machen. Ist auch mal was, ne? Mal was anderes. So, ich traue mich jetzt gerade nicht, mein Ding wieder her anzuschalten. Okay, das kommt von rechts. Ja, stimmt. Der Motion Tracker hat meinen Spielstil sehr, sehr stark jetzt beeinflusst. Okay, das kommt her. Na, bin quiet. Da kommt's. Nein, 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 nein. Guck in einen anderen Schrank. Guck in einen anderen Schrank, nicht in meinen. Ja, stimmt. Schrank, Tracker, Schrank, Tracker, Schrank, Tracker. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Ja, komm, geh wieder weg. Okay. Ach man, das soll mal irgendwo anders hingehen. I've got the moves with Tracker. Oh mein Gott. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Hallo, ich bin ein Alien. Ich wiege 300 Kilo. Was? Das Alien wäre ein voll nettes Haustier? Das glaube ich aber nicht. Oh nein, es kommt schon wieder. Ups. Das hat bestimmt gehört, wie mir jetzt mein Ding gepiept hat. Mein Tracker. Ach komm, Alien, verpiss dich. Nee, 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 nee. Boah, jedes Mal, wenn es so auf einen zuläuft, denke ich, dass das irgendwie checkt, dass ich hier drin bin. Einen tragbaren Schrank, das wäre voll cool. Oder, das hatte ich auf meiner Facebook-Seite gepostet, wie Rednecks vor der Polizei abhauen. Habt ihr das gesehen? Mit diesem Rohr? Wenn nicht, guckt es euch an, ist auf der Facebook-Seite. Jetzt noch ein Predator dazu, das Spiel wäre perfekt. Dann würde ich mich die ganze Zeit nur verstecken und die zwei das untereinander ausmachen lassen. Also da würde ich mich dann nicht mehr einmischen. So, nochmal auf die Map gucken. Okay, hier ist der Rundgang. Die Zimmer habe ich aufgeschrieben. A29, C21, A26. Okay. So. Was? Ich wusste, dass Lamia ist ein Alien, der was mit den 300 Kilo gar nicht, würde ich vorstellen. Ja, kommt. Kommt. Noch mehr verstecken? Nee, geht nicht. Die Alien-Geräusche aus dem... Ja, finde ich auch so ein bisschen. Die Alien-Geräusche aus dem Film, die fehlen tatsächlich, finde ich. So, okay. Wir machen jetzt den Rundgang und gucken, dass wir von einem Schrank zum anderen kommen. Was ist das? A29. Da müssen wir rein. Äh. Eh, was ist denn hier passiert? Hallo? Eh. Oh, Mann. Ja, stimmt. Mit Schrank, da kommen wir locker auf 300 Kilo, denke ich. Oder ich weiß ja nicht, wie viel so ein Schrank wiegt. Also so wie es hier aussieht, hat hier das Alien schon mal gefrühstückt. Ne? Okay, das kommt hierher. Also ich finde, man hat schon echt wenig Zeit dazwischen. Um irgendwas zu machen. Dauernd kommt das Alien an. Und vor allem, das bleibt dann auch immer in dem Bereich, wo man gerade ist. Wieso kann das nicht woanders hingehen? Ich meine, das Raumschiff hier ist doch groß genug, die Station. Da gibt es überall was. Und es sind auch Menschen am Leben. Ich meine, da diese komischen Handwerker, die wir vorhin gesehen haben, die aus der Transit ausgestiegen sind, und dann einfach so da standen. Und dann sind sie einfach weggerannt, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Okay, es latscht direkt über uns drüber. Kann sich das blöde Ding jetzt mal entscheiden, wo es hin will? Ich glaub's nicht. Ich verbring hier wirklich 70 Stunden im Schrank. Es liegt darin, dass es deine Angst riechen kann. Je mehr Angst ist, desto schlimmer wird's. Aber ich hab ja keine Angst. Ich weiß ja nicht, wie es mit Ripley aussieht, aber da ist schuldet die ganze Zeit. Die Frage ist nur, kommt es auch hier rein, oder läuft es hier die ganze Zeit einfach nur außenrum? Ah, da läuft's. Ich glaub, das läuft einfach nur immer einmal rundherum. Ich weiß halt nicht, ob's in den Raum hier reinkommt. Doch, das läuft hier, denke ich, einmal rundherum. Okay. Scheiß drauf, wir gehen jetzt mal zum Schrank raus. Ich suche hier mal die Leiche nach einer Keycard. Da ist ja die Schlüsselkarte. Boah, das war ja ein Klacks. Wo ist das Alien gerade? Ups. Okay, es kommt her, dann verstecken wir uns halt nochmal ganz kurz, bis es nicht mehr ganz in der Nähe ist. Okay, es entfernt sich wieder. Können wir hier wieder raus und können den Typen hier durchsuchen. Ach, guck da mal da. Was passiert, wenn ich das benutze? Und dann geht es zu. Und dann kann ich das Alien hier nicht mehr beobachten. Wo ist es denn gerade? Okay. Kommt es her? Nee, es geht weg. Doch, es kommt her. Mann, das ist echt tricky. Äh. Okay, ich dachte gerade schon, das hätte die Tür aufgemacht. Sorry, Leute, das dauert nun mal ewig jetzt. Auf geht's in den nächsten Raum. über C21 oder A26. Schlechtens kommt schon wieder von der Seite. Wow, Katze, hören sie mal auf. Das scheint hier aber gar nicht reinzukommen. Das ist halt echt das Blöde. Ich weiß nicht, kommt es rein, kommt es nicht rein. Wo ist es denn gerade? Da auf der Seite ist es. Es patrouilliert da hinten dauernd rum. Warum springt es plötzlich so? Meint ihr, das kommt jetzt hier rein? Ich weiß es echt nicht. Kommt es jetzt hier rein oder nicht? Es läuft nur außen rum. Oh Mann. Okay. Katze, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. A28, da müssen wir nicht rein, aber da gehe ich jetzt rein. Ganz kurz. Zum Verstecken. Zum Verstecken. Okay, gibt es hier irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Klo zu. Kein Gestank, kein Problem. So. Okay, das da ist kaputt. Ein Stiefel. A27, müssen wir auch nicht rein. C21 oder A26 fehlen uns glaube ich noch. A26, waren wir da nicht schon drin? Nee, waren wir noch nicht. Okay. A26, das ist der nächste Raum, den wir durchsuchen sollen. Inventar ist voll. Irgendwas sollten wir hier durchsuchen. Ist da drin was? Im Weltraumklo? Nein, da kann man nicht mal rein. Okay, wir sind jetzt in A26, aber es scheint hier irgendwie nichts zu geben. Oh doch. Hier kann man was benutzen. Ja, ich hab doch auf E gedrückt. da stand E zum Benutzen. Hier irgendwo bei dem Ding. Ob ich das jetzt benutze oder nicht? Das kriegt er da unten durch. zum Verstecken halten. Aber wie kann ich hier irgendwas benutzen? Irgendwas stand doch da gerade. Bei dem Schalter hier vielleicht? Hab ich hier irgendwas übersehen? Keine Ahnung. Ups. Aber hier stand auch irgendwas mit benutzen. Irgendwas muss es ja sein. Ich mein, das kann ja nicht alles hier umsonst sein. Okay, schon mal kann man hier gar nichts machen. Was soll's? Gehen wir weiter. Ah, C21 fehlt uns noch. Ist natürlich, vielleicht sollte ich erst mal kurz auf die Map gucken. Ah, okay, wo ist denn die C-Abteilung? Hier gibt's nur die A-Räume. Was, wir sollen jetzt schon zu dem zurückkehren? Okay, wir konnten zwar nicht alle Räume durchsuchen, aber was soll's. dann gehen wir da hoch, geradeaus, nach links und schon sind wir wieder da. Okay. Scheiße, da kommt man nicht hin. sie hat nichts, wo ich mich hier verstecken kann. Scheiße, 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 ich brauche einen Schrank, ich brauche einen Schrank, da. Da ist der Schrank, dann gucke ich nämlich erst nochmal in aller Ruhe auf die Map, während wir hier drin sicher sind. Da ist eine Kiste. weiß es nicht, ich weiß es nicht, Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Gut, wir sind hier. Da könnten wir sogar speichern. Oh, da ist die Tür zu. Können wir da hoch irgendwo? Ja doch, die Tür ist offen. Ich glaube, das kriecht nur oben durch die Rohre, ich glaube, das kommt gar nicht mehr runter, aber man ist sich halt nicht sicher. Das ist wo. Scheiß drauf, ich laufe da jetzt einmal durch. Wir kehren jetzt einfach zurück. Stimmt das, wo wir sind? Äh, nee, irgendwie nicht. Ja doch, wenn wir da oben durch den Lüftungsschacht durchgehen. Oh, scheiße, aber das Alien ist ja in dem Lüftungsschacht, ne? Was ist das denn? Mop, 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 mop. Noch eine Schlüsselkarte? Ähm. Äh. Okay, es rennt irgendwo da drüben rum. Ich glaube, das verpisst sich. Sehr gut. Nur noch einmal schnell hier durch. So, wieder richtig? Ja. Oh, Gott sei Dank, wir sind wieder hier. und hier irgendwo konnte ich speichern, ne? Wo war das? Wo war das? Okay, ich gucke in die falsche Richtung. Da draußen kann ich speichern. Ähm. verdammt, das ist unfair. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Oh Mann, dieses Kack-Alien. Ich will doch in Ruhe speichern, aber wenn es da draußen rumgeistert... Okay. Ups. Gefahr ist nah. Ja. Okay. Jetzt. So. Ich habe gar nicht zugehört, was der gesagt hat, weil der mir sowieso suspekt ist. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, lang, ne? Ja. Sehr schön. Irgendwo zu den Aufzügen. Auf die Map gucken. Hä? Oh. Ich muss scheinbar doch nochmal... zu ihm zurück. Echt, jetzt muss ich nochmal zu dem zurück? Ist in der Karte das noch immer angekreist. Ja, wie kommt man überhaupt zu dem? Die andere Seite, ne? Denke ich mal. Hier müsste man zu dem kommen. oder? Ja. Ja. Was, Frauen hören die zu? Ja, sorry. Ich sowieso nicht. Ich bin doch verpeilt, weißt du doch. Oh, und ein abendkleines Peng. Oh, meine Beine schleifen ein. Okay. Gerät unzureichend. Scheiße, was soll ich denn jetzt nochmal machen? Ich hab nicht zugehört. Da drüben müsste man irgendwie zu dem reinkommen. Aber was ist da drüben? Ja genau, der Tracker ist mein neuer, bester Freund. Was passiert, wenn ich hier durchgehe? Meine Frisur sieht auch langsam nach Panik-Modus aus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist das nicht eingezeichnet? Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein! Scheiße, das ist falsch. Was sind wir jetzt schon wieder? Auf der anderen Seite. Wow. Wie kommen wir zu dem Typen? Also da kommen wir nicht durch. Wir haben dem doch gerade den Code gegeben. So, okay. Ich muss jetzt hier bei euch nochmal ganz kurz die Chat lesen. Okay. So. Verpeilt. Der Befehl lautet doch anders. Ja, ja, ja. Der Befehl lautet anders. Hey, hey. Noah. Servus. Okay, okay, okay. Irgendwie müssen wir da... Ich geh jetzt nochmal hier zurück. Ich geh jetzt nochmal hier zurück. Das kann ja nicht sein, irgendwo... Irgendwas habe ich verpasst, weil... Der labert, während das Alien hier in der Nähe ist. Was wollte der jetzt nochmal von mir? Ach, der ist auf der anderen Seite. Da ist der irgendwo. Da müssten wir ja jetzt auch reinkommen. Ach, da unten steht der Typ. Scheiße, ich habe die ganze Zeit die Taschenlampe an. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Äh, ja, nur mein Tracker sagt mir gerade was anderes. Äh, nein, bitte was anderes. Scheiße. Nehmen Sie den Aufzug zur unteren Krankenstation. Ja. Sehr schön. Wo ist das Alien? Scheiße, wo ist das? Kacke, da sieht es mich natürlich jetzt. Das hat mich nicht gesehen. Noah, vielen Dank fürs Folgen. So, kurz eh zum Verstecken. Tracker angucken. Okay. Sorry, Leute, dass ich mit dem Tracker hier zu Gange bin. Ich weiß und ich weiß auch, dass ich hier die ganze Zeit nur im Schrank rumgammel. Aber ich, ich will nicht nochmal sterben. Tschüss. Okay.